Hey, sehr unkundig, hier ist wieder euer Keanu, zurück mit Let's Be Yoshi's Island, mit dabei. So, wir wollen den Code mal testen. So, du musst Select gedrückt halten. Okay. Und dann XXYBA drücken. Äh, B, A. Mini-Battles. Oh, okay. Versus Two-Player. Versus Two-Player? Oookay. Sollen wir das mal testen? Seed-Spit-Cont. Wrong Balloons. Ja, das wissen wir. Pff, lol. Nein. Das geht echt. Nein. Wie geil. Oh, ich bin zu blöd dafür. Ey, das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt hier in dem Spiel. Das ist ja geil. Ich auch nicht. Halt. Nein. 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 Ja, ich hab das Spiel mal gewonnen. Aber nur, weil du einmal verkackt hast. Können wir das andere auch mal ausprobieren? Das war falsch. Ne. X, X. Nein. X. X, X, Y, B, A, aber was glaube ich. Ah. Oh. Watermelon. Bin ich jetzt dieser komische, möchte ich an Yoshi. Ach, wie geil. Ich will an meinem Tournament spielen. Ja, du. Du kannst viel schneller spucken als ich. Huch. Nein. Oh, Scheiße. Shit. Gut. Somit haben wir uns das mal angesehen. Also lass mich in beiden Spielen fertig gemacht. Oh Mann. Was ist das so ungewohnt, weil ich halt mit dem nicht die Zunge nutzen konnte. Doony's right. Um die Melonen halt aufzuschlecken. Da muss ich direkt an die Melonen dran gehen. Oh nein. Ich kann keine Seifenblasen gerade gebrauchen. Danke. Auf den Möfen kann man übrigens auch draufstehen. Und das Gentschela trinkt. Aber wie heftig das trinkt. Ey, das hat richtig Durst. Da kam der anderen Möwe eine fette Möwe entgegen. Fette Möwe. Guck dir noch mal ein bisschen runter. Ja, jetzt auf einmal. Dafür esse ich dich. Frag mich gerade. Nee. Hä? Wie komme ich da hin? So komme ich da hin. Streng dich an. Streng dich an. Flatter, flatter. So, jetzt komm her. Ich muss in die Röhre gucken. Jetzt guckst du in die Röhre. Ich habe ihnen die Flügel weggeknabbert. Chicken Wings und so. Wow. Wow. Das sind aber viele Chicken Wings. Schmeißt arme kleine Pinguine einfach die Klippe runter. Die müssen auch irgendwann mal fliegen lernen. Auch wenn sie es nicht können. Aber sie müssen auch mal fliegen lernen. Ich brauchte dich eigentlich. Ach du blöder. Weil ich da hoch will eigentlich. Weil ich nicht komme. Ach du kommst davon hoch. Nein. Auch spring doch du dämliches Dino-Hirn. Ey, der hat zu viel Dumm-Tendo geguckt. Hast du zu viel Dumm-Tendo geguckt? Ne, der Dino hat zu viel Dumm-Tendo geguckt. Deswegen ist er jetzt zu dumm zum Springen. Genau. Spätestens in diesem Part wirst du bestimmt mindestens einen Daumen runterkriegen. Na, das interessiert mich nicht. Das hat sich jetzt so geil angehört. Meine Fresse. Das interessiert mich nicht. Ja, hey. Listen. Ach Gott, dieses Spiel, ey. So, ich wollte ihm nur zu gucken. Ich wollte sehen, wie er stirbt. Alter. Nein. Er kommt zurück. Komm her. Listen. Oh. So, diese Scheiß-Möwe wird nicht mehr kommen, weil ich sie versehentlich gefressen habe. Da kommst du halt mit. Komm, Gassi. Komm, Gassi. Komm her, Fischi, Fischi. Da wir jetzt extra nach unten fliegen. Alter. Alter. Jetzt muss ich... Da komm ich ja gar nicht rein. Stimmt, da war ja was. Schnauze. Na, komm. Musste ich eh machen. Ich musste diese eine Möwe respawnen. Das geht nicht anders. Oh, Mann. Ich listen nicht. Hey, listen. Nein. Dieser dämliche Kellogs-Dino. Kennst du nicht mehr... Ach nee, das war nicht bei Kellogs. Das war... Das Dino-Dinner. Wie hieß das noch? Von welcher Firma war das noch? Das Dino-Dinner. Und das Hexenmal. Das war irgend so eine... Erasko war das, glaube ich. Die ist so Erasko-Suppen. Boah, das sagt mir gerade gar nichts. Das Dino-Dinner. Der Hexenschmaus. Da muss ich gerade mal nachgucken. Meine Fresse! Schade. Mach's nochmal. Ich hab's nicht gesehen. Fick dich. Erzieht man sich doch ungekochte Reiskörner durch die Nase. So scheiße läuft das hier. Was? Ja, ist in Ordnung. Hey, 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 hey. Ja, hör auf zu heulen. Nur weil du deine Eltern verloren hast. An der E.P. Mario hatte bis zu dem Zeitpunkt noch gar keine Entschuldigung. Ich hab jetzt Dino-Dinner-Suppe eingegeben. Das erste, was mir jetzt hier bei Google Bilder vorgeschlagen wird, ist ein Thumbnail zu einem Video, was heißt die wichtigste Suppe der Welt. Alles klar, jetzt wissen wir auch, warum die Dinos ausgestorben sind. Sie hat ein Dino-Dinner. Ich schmeiß gleich mein Pro-Kontrolle nach Afghanistan. Hast du so einen krassen Wurfarm? Ja. Und ich hab keine Ahnung, ob ich auf Afghanistan gesagt hab, das war das allererste, was du mit A einfiel. Machst du noch Probe liegst oder was? Ja, natürlich. Nee, der hat ja... Ein Sperr geworfen. Der hat, nee, der hatte, ja, das auch, aber er hat den Sperr ja einmal komplett um die Welt geworfen. Kann ich dir auch machen, wenn du willst. Oh, das, das, das wär schön. Ah, ey. Wie dumm kann man sich in einem Level anstellen? Antwort, ja. So, Nummer eins. We are number one. Nein! Du... Äh. Äh. Ähm. Ähm. Das war ne Doppelmöwe. Ich will doch nur in die Röhre gucken. Du willst doch nur das Level abschließen. 100% am liebsten. 100%, ja. Ich glaub, der Pet geht aber schon zwölf Minuten und ich hab eigentlich noch gar nichts geschafft. Das nenn ich traurig. Das nenn ich entertaining. We love to entertain you. We love to mach you traurig. We love to make you sad. Kannst du die eigentlich irgendwie aufschlecken oder so? Oh. Wie auch immer das geht. Oh. Oh Gott. Eine Katastrophe folgt die nächste. Da ist nix, alles klar. Der Hubschrauber ist so beschissen zu lenken. Komm dir erstmal so ne Flugeinheit entgegen. YOLO. 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 Hast du noch nie einen Hubschrauber gesehen, der auf einer Möwe parkt? Nö. Dann hast du es jetzt. So, jetzt habe ich keine Zeit mehr zum applaudieren. Jetzt muss ich hier Vollskill beweisen und so. Oh Gott, mein Auge juckt. Nein! Boah, kannst du nicht deinen Cousin dritten Gratis anrufen, der uns das hier macht? Mein Cousin dritten Gratis? Ich weiß auch nicht, warum ich einen habe. Frag mal nach! Oder deine Schwester, kannst du die nicht mal eben anrufen? Mir auch egal, wenn sie gerade am Schlafen ist. Dann habe ich was zu lachen, wenn sie sauer auf dich wird. Weil du sie geweckt hast. Weil sie was geträumt hat. Genau. Dann denkt sie sich so, mein kleiner Bruder ist immer noch zu dumm, um das Spiel zu spielen. In dem Sinne sage ich nö. Es ist eher der Kollege des dummen Bruders. Dann halte ich aber meine Schnauze und sie so, du hast gesagt, da wäre noch einer. Und ich sage einfach nie was und dann bist du der Lügner. Nein, hier oben. Guck ich erst mal. Da unten ist nix. Alles klar. Sieht die Statistik aus. 16,3. Oh, sieht gut aus. Ich hätte vielleicht nicht die ganzen Möwen killen sollen. Ah, da oben sieht nicht so aus, dass ob da was wäre. Aber man. Nein. Willst du auch nicht riskieren? Gut. Da war wirklich nix. Wow. Unser Freund. Toll. Wow. Konter. Okay. 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 Och, fröhliche Schnauze. So, was fehlt noch? Es ist noch zwei Münzen und eine Blume. Das werden wir doch hoffentlich hinkriegen. Okay. Da wollte ich eigentlich noch nicht drauf drücken. Oh, unser Frendo ist auch wieder da. Oh. Keine Geheimnisse. Das sind jetzt eigentlich nur noch die Blume, oder? Nee, doch noch zwei Münzen. Oh, was ist denn hier los, ey? Das ist auch wieder so ein Abstand, an den ich mich gar nicht erinnere. Ich habe mir erstmal hier meine Munition. Muni? Scheiße. Scheiße. Nice! Oh no! Easy Toll! Ob das ausreicht So knapp Fett Kannst du dich zum springen benutzen? Ähm Toll Ja Ja Bleib doch hier Hier Oh ne ey Schieß mal die Oh komm ich Fragezeichen wohl wieder ab Kannst du irgendwie da so hoch flattern dass du ihn vielleicht irgendwie in dem Winkel rechts da erwischen kannst Das müsste eigentlich gehen Yes Uff 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 Fuck Bis zum nächsten Mal Ciao Nein Bis zum nächsten Mal Abonn Vielen Dank.